Im Internet? Ja, und im Fernsehen. Ins Instanet? Junge, Junge. Wir sind im Instanet. Wow, ewig nicht gestreamt, Alter. Übertragt ihr alle eure Voice? Immer doch, immer. Ich weiß es gar nicht. I kick for you in my Einstellung. Ich mach mal an Mod, obwohl noch keiner da ist. Ich werd das dann, glaub ich, später auf YouTube hochladen. So, hab's eingestellt. Ja, immer zulassen, hör mal. Hör mal. Ich hab geschrieben auch in die Beschreibung, Black Ops 4 mit der Bela Squad. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Come on! Ich hoffe, it held eh. It is on air. Ich bin on air. Wir sind on air. Wann war ich das letzte Mal on air? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Und dabei. Nein! Wir sind dabei, uns zu verlieren. Boah, da muss ich jetzt ja... Und wir haben den Hardcore-Fan D7GE-J9NB-7B45. Ich bin dabei. Was? Mike! Mike! Wie waren wir dabei? G's und G's und G's? So hast du doch ein PS in den Code da reingeschrieben. Mike, du bist im Eint. Mike, wir sind endlich mal mit mir in einem Stream zu sein. Es tut mir so leid. Es war so... Da wird doch der Schlüpper nass. Ich bin jetzt online. Ihr dürft eure Schlüpfer gegen den Bildschirm werfen. Ah, no, 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 no. Geile Sau. Wie heißt... Wie heißt du denn auf Twitch, Julian? Twitch, Julian? Ich muss jetzt doch eben verbinden. Okay. Hey, das wär doch mal was du. Ach, Caro und ich streamen einfach gleichzeitig. Ja, na und? Kann man Dual-Kuchen machen. Passt doch mal. Ist doch geil. Ja. Dual-Sex. Was? Was? Toiletten-Paul. Was? Toiletten-Paul. Was? Toiletten-Paul. Was? 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 Wie bitte? Ich war nicht dabei. Ich finde den Link zu meinem Twitch-Kanal nicht. Hör mal. Hör mal! Schöne ich dich. Nyaaaah. Schöne ich dich. Oh yeah. Nyaaa. Dein Tweet ist jetzt bei mir angekommen. Toil. Ach. Sieben, sechs... Wat ist es bei dir angekommen? Dein Tweet? 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 auch machen du ich bin schon online was willst du natürlich ich will ja ich will ja auch ein bisschen gleichzeitig machen julian diskutiere doch nicht sondern macht doch einfach dein stream an ich möchte mich auch mal ein ding ja ich auch du hast doch du hast doch meine seite hast du meine seite vielleicht ja 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 ich habe ja klinge facebook sowohl als auch ein bisschen so weit i look i look i make look im garten beitrag dem will ich haben mit dem beitrag des orientierung 1 da wird eine pizza stück erschossen von hinten voll geil aber frage ich sage auch appris die prestigestufe eins weiß ich weiß nicht was ich dafür machen muss schein ich bin dringend ins bett ich muss gleich dringend ins bett warum ich krieg gänsehaut von der jogurette so ich habe ich poste es in die gruppe würde ich sagen oder was für eine gruppe naja in die gruppe oder nicht ah Esel du Eselkopf ich kann eh nicht nebenbei irgendwie irgendwas gucken weil ja nein aber irgendeiner wollte doch jetzt einen link haben und den habe ich jetzt einfach mal posten ich ja ich habe ihn gepostet einmal auf meiner seite und einmal so ist gut dass du umgebracht ich baller dass sie mich jetzt bei uns in den discord nein nein einfach nein ja ich es ist aber der link ich habe mir einfach nur kopiert was soll ich machen achto kanal link toll so julian bevor man fragt erstmal nachgucken ich will der karo schreiben und er schreibt den karo man kann den karo auch erstmal ja ich weiß noch nicht welchen mal werden wollte daddy das ding karo geht aber quer über so ich habe jetzt erstmal alles gepostet und das war bei mir in den streams damals immer so jeder hat mir erst mal erzählt was er zum abendbrot hatte Kinder Schokolade Joghurtte Raviolis Hundehoden das war wieder klar oder irgendwie schon was war klar Tobi du jetzt mal die Rand ja ich bin der einzige der vernünftiges Abendessen ich habe der einzige der richtiges Abendessen genannt hat du bist kein richtiges Abendessen nein da würde ich kann man noch eins essen Navaravioli kannst du eigentlich generell zu jeder Tageszeit essen das stimmt allein was ist jetzt nun sind die ganzen ich bin schon drauf also die ganzen Co-Streamer jetzt fertig hier das war dann auch irgendwann mal ich freue mich schon mal der ding von Julian Dennis ich habe eine Visitenkarte gefunden wir haben einen Zuschauer echt herzlich willkommen im Stream herzlich willkommen im Stream der ist dieser Zuschauer ich will seinen Namen und seine Anschrift kalt bin ich da noch willst du auch die Honoren wegnehmen zum Essen da gehst du auf Visitenkarte ich werde dich nicht wundern über den Namen dann weißt du wie alt mein Account ist herzlich willkommen im Stream wir haben noch nicht angefangen es wird noch diskutiert da die der Co-Streamer gerade irgendwie keine Ahnung ein paar Problemchen hat sich einen runter holen das Problem war dass der Co-Streamer gar nichts machen kann weil ich muss anfangen ja bam bam der Squad Leader könnte dann auch langsamer anfangen er ist sich der Squad Leader oder wie ich nenne er ist der Host der Hobby lost ich muss auch was schießen oder erschossen werden eins von beiden ja gib meine Rifle ich machs letzteres es geht los es geht los ich hoffe man hört uns alle es geht los es geht los es geht los ich frag mal ich frag jetzt einfach mal einfach mal in den Chat schreiben wenn irgendwas zu laut zu leise öh oder nach Penis schmeckt Oh, Nuketown! Nuketown! Komm, drückt alle auf Nuketown! Oh, Nuketown! Moment, wir müssen kommen alle auf Nuketown. Wo ist Nuketown? Ich seh Nuketown gar nicht. Nuketown ist in der Mitte. Ja, jetzt hab ich's auch gesehen, Entschuldigung. Ja. Du wirst gleich gelünscht, weil du Nuketown nicht kennst. Ja. Ja, bei mir sind zwei Zuschauer, Mahlzeit. Wie? Wer hat jetzt mehr Zuschauer? Wo muss ich jetzt hallo sagen? Ich liebe, ich liebe meinen, meinen süßen Schauer. Wer auch immer es ist. Liebe geht raus. Liebe geht raus, alle. Es ist ihre Schwester. Nein, die kommt erst noch, die ist es nicht. Bei meiner Schwester kommt die auch. Da könnte ich jetzt, da könnte ich jetzt was sagen. Tobi, verknüpfen. Tobi, halt dein blödes Moin. Meine Schwester nicht. Lieber. Nicht die Schwester, Tobi. Nicht die Schwester. Ich hab'n Geschwester, ne? Ich hab'n Geschwester-Ding. Ich bin halt der Jüngste aus dem Wurf und hab'n Geschwester. Bist du meine Schwester, die mein Bruder ist? Das ist so'n Fetisch, ne? Ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das ist so'n Jersey-Ding halt, ne? Du schnittlich hier im Leben. Du kommst nicht mal aus dem Jersey, du am Kopf. Jersey. Achso, wer hier so Profizeug bei mir erwartet, ne, der ist hier falsch. Also, ich... Nein, Quatsch. Also, Caro ist, äh, ja unser Leitwolf. Wenn wir Caro nicht hätten, dann wär' alles am Ende. Echt? 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 Echt, Joby? Outlaw? Echt jetzt? Ja, warte, ich will die ein bisschen hochspielen, außerdem hab'n Raketenwerfer dabei. Ich hab' Outlaw und Raketenwerfer. Big Ernie hat keinen Bock? Doch, Big Ernie hat Bock auf Pistole, sagt er. Ich hab' Outlaw und Raketenwerfer, Digga. Ja. Ich bin links. Ich rechts. Ich geh' hoch. Ich geh' auch rechts. Einfach nur, weil ich fang'n. Jaaaa! Da sind sie! Gleich mit Kugel gefangen. Ich bin hoch? Vielleicht sollte ich mal unten bleiben und nicht direkt hochgehen, hör? Dennis hat die Seiten gewechselt. A-Aim, Alter. Oh, da ist einer dumm gekippt! I have him! I have him! Klasse, er ist einsatzbereit. Ach, scheiße, das war... Ich schieß' aber auch mit meinen eigenen Teammates, es tut mir echt leid. Ja, du kannst es, du kannst es halt. Ja, ich, äh, ja. Where the fuck? Von wo kommt der denn? Oh, da haben wir jetzt ein ganzes Magazin reingewixt gekriegt. Oh, man kennt ihn. Dreimal überlebt, das vierte Mal haut er mir einen direkt... Ach, verdammt, dass der fast ein Doppelabschluss gewählt. Der haut mir in die Fresse! Ich fass' das hier nicht! Jawoll! Mann! Hände hoch für Larabbiata! Verdammt, no! Kasparle! Der wurde mir gerade bei uns! Der steht neben mir! Der war die ganze Grund nicht mehr! Was ist mit ihm, Alter? Das ist der, der hab ich eben auch! Der stand neben mir, den bist du erst nicht! Ich hab' den K.O. geschlagen, von hinten. Was er mit euch gemacht hat. Wohin! Der hat mich kaputt geschlagen, weil mein K.O. Ich schieß' aus der Hüfte, weißt du? Der Typ, der hat den Lauf in der Fresse hängen, weißt du? Und er denkt, du schieß' aus der Hüfte. Ey, dieser eine Typ, den siehst du nicht, wenn der kommt. Tork ist das glaub' ich. Ne? War das nicht Tork, der hier? Ja, moin, ich bin Wortschott A, alles klar. Ich würd' vom Wichsen an den Wichsen. Könnt ihr durch die Dinger schießen? Das sieht immer so aus. Ja. Warum? Weil ich von meinem Geschosse habe. Habe ich auch! Hey, da können wir joo gemein sein. Also ein paar Abschuss... Ey, das gibt's doch nicht! Wieso steckt da das denn ein? Da steht doch ein Treffer auf Kopf oder Tor so und die fallen um. Nö, ist gar nicht so. Da kommt einer rechts. Zwei rechts. Ja, als ob. Das waren zwei, oder? Nö. Mann, beide. Ach, Mann, ey! Leute, ich hab' nur ein Sniper-Gewer, ich kann kein Dauerfeuer machen. Wisst ihr das nicht? Oh, der hat mich böse im Gesicht erwischt. Der hat mir richtig gegeben grad. Schade. Ist ja fast ein Doppelabschluss gewesen. Survival? Survival! Den hab' den hab' ich in die Fresse gehauen. Jetzt reicht's mir. Oh, wir laufen da neben mir. Ich geh' mal drüber weg hier. Nicht, dass hier noch irgendwem die Killklaue ausversehen. Äh, nein, alles gut, bleib doch hier! Ach, du was? Okay! Ich war das, bleib doch hier stehen! Nee, alles gut! Hab' mich durch die Wand erschossen? Also kann ich... Da komm' mal vollkommen kacke! Leute, kann ich auch Leute durch die Wand erschießen? Das geht? Ja, wenn du vollmattelgeschossen hast, ja! Ja, hab' ich! Mhm. Ja, da muss'n aber auch treffen. Naja! Da kommt einer hoch! Boot um! Da ist doch aber einer! Ah, links ist offen! Ziel erledigt! Ich muss mich mal eben... Ah, fuck! Ah, jetzt Firebreak! Weißt du was? Warst du das, Tobi? Ich komm da jetzt mit der VAPR rein. Tobi, sind wir grad zusammen gestorben? Warst du das? Aha! Ich weiß es nicht! Ich achte nicht auf die Namen, die wir rumrennen! Ich wollte den killen nicht glauben! Es ist manchmal sehr schlimm, was... Da kommt einer rechts! Scheiße, Mann! Muni leer! Ich bin so schlecht! Ah, verdammt! Ihr liegt Muni! Ja, also... Muni... Also ich habe Schild! Kürzer hinter mir! Ist das ein feindlicher Köder? Ja! Der hat mich da gefressen! Wooh! Das ist eine blöde Sau! Tschüss, hab ich kommen! Du machst... Ey, Digga, wir haben auch hier ungeschnorben! Wooh! 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 Ich weiß noch nicht wo! Da sitzt einer hinter... Ich wurde gerade gegrillt! Gegrillt? Gegrillt! Oh, yo! Ich wurde auch gegrillt! Oder war ist die auch schön gar? Mann! Ey, die ist da! Autsch! Ich meine, sie haben einen Hund gekillt! Die ist da! Die ist da! Wir haben Scheiß! Wir haben einfach voll und her! Nein! Alter, ich habe ein paar Abschüsse! Ich weiß nicht, woran es liegt! Hier, Kiste! Ja, du Drecksack! Darf ich Drecksack sagen? Ja, komm! Ja! Ja! Wie gesagt, die folgende... Die folgende Sendung muss die Zuschauer unter 18 Jahren nicht... Ja, ey! Komm, Alter! Ey, da gibt's schon nicht! Ich! Oh, scheiße! Ich wollte nicht auf euch schießen! Alles gut, ich habe mich nur ihm geschützt! Eine rechts! Der Rest ist hier! Zwei rechts! Ab ein! Der andere ist angehältet! Äh, sie! Ja, sie ist! Happy! Gut! Alles klar! Links ist offen! Da kommen zwei links! Links liegt die Sniper! Sniper entfernt! Drohne ist da! Drohne geht raus! Hinter mir! Drohne geht raus! Rechts ist einer angeschossen! Okay, dann ist das nicht schon! Ach man, ey! Warum wird immer der Spawnpunkt vor? Versetzt! Es ist so ätzend! Leute, ich kann nichts mehr machen! Also ich habe keine... Muni mehr! Okay... Das ist scheiße! Dennis! Ich habe jetzt keine Munition mehr! Dennis! Was machen wir jetzt?! Ich hab keine Ahnung! Was machen wir jetzt?! Ein kaputterschwein! Oh, warte, hier ist der Rampart! Neh mich! Ich wurde durch das scheiß Schild direkt an der Eingangstür gegrillt, ey! Alter, was war das?! Ich bin durch eine Miene gelaufen! Ich bin aufgestiegen! Ich hab gerade einen von hinten erschossen! Ich will, ich kriege da echt hinter ihm war! Manchmal ist komisch! Rechts kommen sie alle! Sieg! Sieg! Jawoll, Tobi! Geiler Tobi! Ja! Oh, mein fucking Punkt! Oh, wen haben wir da schon wieder? Oh! Oh, schlägt mal! Da ist wieder der geile Hans Wurst! Der geile Hans Wurst! Vor allen Dingen! Ey, ich hab ein paar Abschüsse! Ich weiß aber noch nicht, wie viele! Drei! Nein! Ich hab... Ich hab... Das zeigte dir gleich an! Eigentlich! Das... Oh! 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 Oh, das ist widerlich! Oh, ist das widerlich! Was haste? Sieg kaffee? Oh! Ich hab grad meinen Kaffee weggeschlürft! Und dann hab ich Energy Day! Oh! Oh! Oh, ist das widerlich! Oh! ja ich krieg sonst nichts gebacken also ich freue mir da jetzt mal kurz ein zweites ja alles gut danke für die Musik und so ja Tobi hat vorhin auch schon seine allererste äh wie heißt denn hier Kielerakete wie heißt denn hier rote Rakete rote hailstorm alle anderen haben eine silberne ich hab eine rote uuuu weil du deine Tage hast stimmt ne rote hailstorm oh Tobi da muss man ganz doll dran rubbeln oh man ravioli und energy darf man sich dann was wünschen mit ner leichten Kaffeenote wenn man da was wenn man da jetzt dran rubbelt darf man sich dann was wünschen nein ach so schade wenn man ganz liebevoll die Kuppe streichelt ja und geht immer denn es nicht die einzig harten im Garten aber richtig hart hör mal er macht quatsch und er macht quatsch und ich mach batterie ich bin die batterie für quatsch ich mach auch batterie für quatsch mach du quatsch oh weißt du ich wollte sagen ich bin nicht so hart batterie wie du aber schon ein bisschen dafür bist du unsere ersatz batterie dankeschön und das ist so ich krieg direkt erstmal so fünf leute ins gesicht gespritzt gepasst hat ein feit ausgestattet und ich werd auch direkt erstmal eliminiert hier so larabiata a.k.a ersatz batterie josie2808 herzlich willkommen zum stream sah kriegt er erstmal mit der schrotze eine reingewixt der Hund hallo josie was legt er denn da so rum sag warum alter was ist mit ihm endlich richtig bambus leitung 100k feinster bambus 0,9 ey ja ja klar was ist los mit dir? kannst du sonst nicht treffen? wir gewinnen hier nein wir spielen multiplayer ähm ganz was neues ich spiel eigentlich sonst nie ist das was von uns jetzt hier über uns oder eher nicht ja ja also wow dabei sind der dennis ähm die becken wii 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 ne boah die stehen da zu fünf halt jetzt stirb doch, man Julian ey schieß der mike ist noch im stream aber der spielt nicht welche map auch keine ahnung das ist bachner ach marokko also ich schieß gerade auf den einen typen Drei mal bei Tagermann, er lädt voll rum, was ist mit ihm? Haha, erledigt du Bastard Ey, was ist das? Zweifel mit meiner Zähne drauf, ne, bleib stehen! Ich glaub ich hab jetzt alle aufgezählt, ne? Es ist nicht Bagdad, es ist Marokko Bagdad? Was ist das für ne Bagdad? Oh, Alter, kommt schon, ey, könnt ihr euch nur festkämmen in eurer scheiß Drecksbude? Für die einen ist es Bagdad Oh, das war ein Gleifer, nett Für die einen, für die einen ist es Bagdad, für die anderen Afghanistan Ja So, Doppelkill, und jetzt Rainer Ich bin jetzt schon, äh, die Ersatz-Batterie Batterie frei Frauen-Powell Feindliche Hellstorm! Feindliche Hellstorm! Tobi, rette mich! Raun-Power, auf jeden Fall Oha, muss groß! Es wurden Fehler gemacht, der hat, glaub ich, sich selber getötet Suizid Einer von uns Einer von uns Amy's da Haha, Karin! Weißt du, wer da Stream mitschaut? Wer denn? Oder, äh, Mainstream Ich weiß es jetzt nicht genau Meine Mama! Grüße gehen raus Grüße gehen raus Grüße gehen raus Ich hab keine Ruhe wie den Streit hat Äh, bei mir ist nur eine, äh, Schauspielerin, was? Zuschauerin Das ist wie mit der Einladung und der Beleidigung den Tag Ähm, eine Zuschauerin da und das ist meine Schwester und die kommentiert auch fleißig und das find ich sehr gut Ich hab mich lange nicht gestreamt Äh, Entschuldigung Ich muss das auffüllen, Digga Bruder, ich brauche Magazin Ich brauche Magazin Äh, Kugeln bräuch' Ja, das ist scheiße Die muss schießen können Wie alle lachen Ja Es, es, es Oh, ich werde gegrillt Ist das jetzt dein Ernst? Alle, wie lecken die halbe hier durch die Gegend? Was ist denn das so scheiß? Kauf dir Aldi Talk Was kauft dir Aldi Talk? Ja, kauf dir Aldi Talk Muss gar nichts wissen Alter, der kam um die Ecke und hat mir direkt ein Handy verpasst Muss ich jetzt Ja, das ist irgendwie Muss ich jetzt Werbung einblenden, weil Julian Schleichwerbung macht? Achtung, dies ist eine Dauerwerbesendung Dies ist eine Dauerwerbesendung bei Julian Dennis Dennis Dennis, drin schon Ja Aldi Talk ist beste Leben Ja Das kostet mein Leben, dein Scheiß Da muss auch mal Spaß haben Nein Nicht, weil es um ein Leben geht, Digga Meine KD fällt ab Ernie ist schon wieder mit der Axt unterwegs Ah shit Ah shit Ulrike, hallo Ernest ist mit der Axt unterwegs Gut getubt, Tobi, da ist noch einer Ich bin der Feuerwehrmann mit der Axt Ist da keiner mehr? Was, meine Axt? Keine Ahnung was Worum es jetzt geht Aber hey Und die Ulrike und die typische Krippels dabei Habe ich nie da erwähnt Kein AIM Ich habe keinen AIM Ne Kein AIM Du hättest mich eben sehen müssen, hör mal Du hättest mich eben sehen müssen, hör mal Da hätt 14 Abschüsse gehabt Da hätt ich AIM Tobi Tobi, geh da rein, ich habe gleich keine Muni mehr Sechs Fünf Jetzt ist es leer Oh toll, danke Wer auch immer meinen Wurf versaut hat Gerne Tobi, warte Ich gebe wieder auf der Drückungsfeuer Ich bin tot Ich bin vorgegangen 14 Abschüsse und keinen getroffen Nein, ich habe 14 Feinde eliminiert Ähm, Rieke heute dabei, Doom, Caro Hallo Die legt da rechts in der Ecke, Alter Der Hock, da gammelt Ey, so kriegen die ihr Prestige, weiß Die kriegen ihr Prestige durch in die Ecke gammeln Hab ihn Ach, Scheiße, die haben mich umrundet, die Wichser Ich habe mich gerade im Schaff hier halten Mit meinen Klautengewehr Und jetzt sind die einfach rum Der saß aber echt tricky Das war mein erster Abschuss Nein, 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 nein Ach, komm schon Von wo kamst du denn? Ja Drohne geht raus Ach, verdammt Ha, erwischt du direkt, Bastard Bastard Wer sichert da einer nach hinten? Ich muss nachladen, Digga Ich kann jetzt gerade nicht sichern Da kommen sie schon Ich habe sieben Schuss Ja, keine Chance Kann ich den Sklammerfer benutzen? Nein, das ist eine klasse Das ist Firestorms Klasse Firebreak Ja, meine ich doch Was war das? Seems good Ja Der Hund hat mir jetzt meinen verdammten Arsch gerettet Bitteschön, Tobi Wir grüßen auch gleich nochmal die Zuschauer Ja, ich bin schon direkt angelegt, der Typ Ich glaube Ulrike ist wieder da So wie ich das jetzt wahrscheinlich Dreckiger Bastard Ja Liebe Grüße Alter, was macht ihr? Wir sind wie Ulrike, wir sind wieder am Black Ops spielt Aua, tot Aua, tot Spawnen und sterben Der leckt hier rum Der leckt hier rum, Alter Das ist unfucking fassbar, der Reudige Ey Leute, mach was anderes Haben wir jetzt gerade fast das Spiel noch gedreht? Oder drehen wir das mal so? Ja, wir führen das Ich habe meinen Hund immer noch bei mir Gewonnen Jetzt aber nicht Nicht übermütig werden Ja Heuteils schubert dann den Feind ein Da ist er wieder Uuuu Dennis Pass mal auf Tork ist tot Warum? Weil du so geschrien hast. Ich hab noch gar nicht geschrien. Lass uns doch nicht schreien. Sie schreibt grad so, Hörschaden fürs Leben. Jeder, der uns kennt, jeder, der das B-Scored kennt, weiß da genau. Niemals Kopfhörer und niemals das Handy haben. 33, 15 hab ich. 21, 17. Ich hab nur 10. Ich weiß gar nicht, was ich hab. Wo steht das? Wo steht das? Oben links. Oben links steht Punkte runter. Nein, oben rechts. Links stehen die Punkte. Danke, dass ihr mich verarscht. Ein Beileidsabschluss. Ja, aim is da, hab ich gesagt. Hast du einen Beileidsabschluss gekriegt? Ja. Das war der, der in der Ecke hockte. Als Dennis meinte, der sitzt in der Ecke. Aber besser als kein. Den hab ich abgeschossen. Das war aber auch der Einzige. Ach, die mit. Okay. Ach man. Was ist das für Jungles? Oh ja. Sofort. Nein. Hardes Easter. Ja. Und schämen. Ich soll raus und mich schämen, hat meine Schwester geschrieben. Oh nein. Da sollen wir dazukommen. Ihr habt gesagt, ihr habt mich lieb. Wir haben dich auch lieb. Okay. Liebe geht raus. Wer erzählt denn so einen Scheiß? Ich hab's schriftlich auf Facebook, ne? Liebe. Wie meinst du das mit, äh... Liebe und Ehre geht raus. Community Tab. Ich weiß auch nicht was ein Community Tab ist. Ich kenn mich mit Twitch nicht so aus. Ach, Community Tab, das gehört zusammen. Keine Ahnung. Wie gesagt, das war jetzt einfach so schnell das, was heute klappt. So. Wichtig. Das war einfach jetzt nur, äh, ja ich sag mal eine Notlösung bei Julien oder was jetzt? Ist nur bei Julian also YouTube klappt momentan ehdy sowieso nicht. Ne, ich hab's auch versucht also YouTube geht gar nicht. Boah, Julian, hinter dir, unter dir. Rieke nein, das habe ich jetzt nicht gemacht. Boom. rieke kann ganz viel werbung für dich machen weil sie ist ein moderator rieke wäre geil wenn du mich auch erwähnt liebe getroffen ich freue mich ich freue mich echt auf unsere folgen die sind ja bald ja es gibt keine folgen mit dir ich werde dir wieder inschnitten ja das t-shirt was ich einfach plötzlich wieder so vielleicht fällt mir was einfach nur wir scheren bewegung ja wie denn ist und ich bei black beim zombie gestorben ist eine art schere bewegung im ländenschutz ja ich hab ihn noch mal wenn ich der weibliche war eingeblasen ich hab keinem das hat den arsch gerettet noch mir ja mir hat keiner nachgerettet ich bin verreckt ja das ist da nee da kannst du nicht für es ist ja es ist ja meine qualität immer das ist ein rückengeschieße von denen ja das ist aber ich mag nur wenn ich mache ich stehe nicht auf dem rücken auf dem haus ja als ob das von zwei danke danke mein sprachapparat es tut mir leid ich probiere sie aus ach so weg geht das war kein problem du darfst wer ist jetzt gewesen wer ist jetzt immer auf dieser holzüte was ist der mit dem christian oder was wir haben auch schon alle prestigeträger von cod hat gesagt hässliche schimmelbieren wer seid ihr nicht gilt gilt zombie modus auf nicht zu sechst nein ich meine nein ob das auch gilt weil du sagst an alle prestig ich bin ja wie geht's bei zombie ist sagt du bist einer übermacht gegenüber weißt du ich mein so bei multiplayer bist du sechs gegen sechs da muss man doch nicht so hardcore schimmeln das schöne ist wir kriegen ja die post wir scheiß camper rieke kann keine community ist das was meinst du mit tierglow weißt du was du gammelkoppierst ne cluster alter und jetzt fick dich weißt du verdammte gammelschieter hure alter ich habe auch noch gar nicht auch gammeln begannlich so richtig alter ja wir mit 70 mann halt damit 70 mann ob man hier aber das ist doch ist das nicht auch irgendwo da krieg ich kreuz seine augen ich habe keine beine keine kekse hat mir den ich meinen kopf gesendet hat einfach ein blöden schuss mir verpasst mit seinem scheißsneifer dieser uhr und so politiker grüße gehen raus und die gearbeitet hat oder was das ist mein stream verstehst du und du bestimmt warum nehmen wir dich wohl immer als squad leader du bestimmst selbst was in meinem stream gesagt werden darf da schon wieder alter 50 mann weißer auf einem pulpo solche gammelpissern kann man nichts anderes sagen außer holen ja das ist ein prestig gammel da schämen sich selbst die älter 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 ja auch schon übernommen hohe 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 das ist der deutsch und selbstverständlich schon wieder zu schütteln an demnächst hohe also diese jungen wo die pflichtig echteile und was kommt 3 12 alter 3 12 ich habe ein mehr getötet ich habe zwei erledigt ich bin bei der Runde überrascht dass ich überhaupt einen gekriegt habe ich habe das war ein Double Care wenn du in der Nachabschluss da kommt ja deine Leiste da und da oben steht das oder wenn du in der Lobby bist noch mal auf die ich weiß nicht wie man das Petter nennt jetzt einfach mal Petter in der Mitte okay Kinder können in der Gemeinsam so jetzt werde ich auch Gammel und ich werde uns in den Kirchturm machen warum bist du eigentlich so wie du bist weil ich so bin wie ich bin deswegen bin ich so wie ich bin wenn wir jetzt in den Kirchturm setzen wenn wir jetzt in den Kirchturm setzen wir holen uns eine Kirchturm mit einem Panzer werde ich mich da rein setzen dann können wir nicht mehr boah lass mal alle einfach in den Kirchturm ich bin wieder der sexy Typ mit dem Irofen alles klar ich bring Munition mit alles klar alle in den Kirchturm rein bist du jetzt in meinem Stream drin wer dennis was erzählst denn du da für ein Blech ja hier ja wenn du in meinen Chat schreibst ich habe nicht in der Chat geschrieben na wer ist denn dann Dark Dragon 90 ja keine Ahnung ich bin der einzigste Dark Dragon ja weil der auch bei der Ars mit 4 geschrieben hat hast du jetzt gesagt ich bin ja nicht die einzige Dark Dragon das habe ich nicht gesagt aber der hat auch bei das klar bist du das verarscht mich doch nicht nein das bin ich nicht warum sollte ich das denn sein aber ich bin doch hier am zocken hör mal au tot das ist schon alle schon ja toll ja die kommen die kommen alle von oder zwei Kommunisten von links wenn jetzt mal ehrlich verarscht mich ja echt nicht bist du das nein das nein warum soll das sein weil der genauso geschrieben wird wie du dann entschuldige ich mich natürlich boah dass der Granate ist einsatzbereit das bist du nicht natürlich bin ich das wenn der springt in mich rein alter der springt in mich rein und meiner zieht erstmal auf den Boden warum schreibst du I in meinen Chat weißt du er springt auf meinen Kopf und meiner denkt sich so ich zieh auf den Boden aber du siehst was ne weil du konntest ja auch schreiben meine Schwester sagte ihr lädt twitch nicht mehr ja dann musst du ja mal neu starten dann geht das wieder ja ja da kriegt ein ganzes magazin in die Fresse der Hund mach dich geil mach dich mach dich bläden du affengesicht vorsicht da der kommt im tour in den Turm hoch ab ihn verdammt verdammt ich will immer springen mit mit 3 eck doch komm ich hoch ja da das der hat jetzt 2 sprengladung überlebt Der ist durch Julang Sprengfalle gelaufen, hat ihm nix gemacht, hat ihn gar nicht interessiert. Hä, was? Juck den hin! Der ist durch deine Sprengladung gelaufen und das hat ihn gar nicht interessiert. Hier ist gerade einer an mir vorbeigelaufen, ich hab mich so erschrocken, so hart. Riech es beim Moff Twitter, ich danke dir. Ja, genau, Alter, da sitzt einer direkt unterm Fenster bei euch. Ja. Ich hab auch Werbung auf der Seite. Oh, deinem Turm, deinem Turm. Der ist im Turm, Alter, der ist vorhanden, ich hab mich knallt. Ja, komm, Alter. Oh, Alter, ich hab den Turm drin. Nein, bin down. Sie kommen vier Stück durchs Fenster, durch die Tür. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. Die splitten sich jedes Mal, die Affen. Alter, ich hab drauf gehalten, oder? Ja. Das ist ein Prestige-Schimmelmeister. Ach, doch, diese neue Waffe, ja, die Schimmelwaffe, du dreckiger Bastard. Da ist einer. Boah, ey. Du dreckiger Bastard. Der nächste, der ist auch durch die Schörbefalle gelaufen, hat den gar nicht interessiert. Oh, scheiße. Ach, Mann. Alter, ich hab ne Axt überhaupt, du Himmellutscher. Ich wechsle gleich die Lobby, das geht mir auch in den Sank, das sind auch nur Prestige-Schimmler. Ja. Ja. Die sind so tief-affen. Ey, der kommt... Oh, Digga. Alter, wo kam der nicht? Ey, der kommt reingerutscht und weiß, dass ich da stehe. Ach, Mann. Ziel erledigt. Da ist noch einer. Zwei Mann, ey, weißt du, voll viele schießen auf einen drauf und er bleibt stehen, als wenn das gar nicht geben würde. Ja, da rum. So, ich schieß mit Platzpatronen. Alter, was der rum leckt, ey, meine Frisse. Ja, der leckt rum, unsere Schüsse haben wir nicht. Da kommt noch einer. Angehend. Da kommt eine ganze Horde. Nein, wieder durch die Tür. Ey, komm, Alter, wie sind wir, warum sind die so? Ja, das frage ich mich auch. Warum sind die schon sehr? Ja, ich wusste nicht, dass die da hochkennen, sonst hätte ich da gestanden und hätte erwartet, die Affen. Der ist, der hat seine Ulti jetzt benutzt. Abwisch, du dreckiger Bastard. Das gibt ich nicht, da gibt ich nicht. Ich bin zwar dabei rausgegangen. Ich gehe auch die voll durch das, es gibt Schlimmere. Ich habe ihn aber, gerade, in meiner Liebodynamics Also, Suchty, würde ich jetzt nicht sagen. Wir zocken einfach nur gerne zusammen. Ja, nur auf die Gegner. What the hell? Alter da komm, ich habe dir mit Großkaliber mit Richtig Schott und Monster hier Gar tenants. noch durch die ja da taucht auf einmal neben mir auf der hat mich jetzt keine einung von worte mich jetzt los ich freste ich mein bad das ist nicht mehr angezeigt die die bisschen schambehaarung da am kind oder was soll das denn ja lass euch doch fünfmal erschießen da gehen wir hier raus alter das gamel lobby fast ein schuss aber ein habe ich noch mit ihm ist hinter mir hoch mit scharfschützen ja junge muss hinter mir direkt stehen ja ja wer habe ich gerade noch gefickt da kommen welche treppe hoch alter weißt du kommen ich weiß ja soll also 6 14 6 14 ich hab ein 11 16 das braucht dreimal treffen tot ja der hat mich hochweg hier gott der stand hier der data drei von uns weggeballert hintereinander weg junge und ich habe sie schnissen habe ich erzählt ich glaube aber auch eben eben auch da war mein turm ja ich glaube julian war dass die hat er seine nomad mine platzierten ja ja wir haben dennis weggeballert dann ist ja einer durch gerannt durch die mine ja und beide sind wirklich eine nicht es waren beide er ist dadurch kann ich hatte dann noch live er hat mich dennis weggeballert dann hat er mich weggeballert dann hat er glaube ich noch mit dem anderen zusammlung er hatte von mir schon nicht passiert ja also ich stand da jetzt nicht und habe ihm dabei zugeguckt wie er hochkommt ne deswegen gibt es eine kleine pipi pause wie viele abschlüsse hattest du dennis in der runde auch keine arme ich hatte drei also ich hatte sechs ich hatte sechs und 18 mal geholt und 14 mal haben sie mich um ihn ledert pipi pause hier entschuldigung ein bisschen aber ich geh auch mal immer aufs klo maximale erfolge rieke nein wir tragen keine windel aber was hältst du denn von uns rieke was ist denn los mit ihr immer unsere abgott zuschauerin wir sind zwar sozial aber nicht ganz ein bisschen würde haben wir auch noch ja aber nur ein bisschen für 1 geld 50 im supermarkt deutsch teurer für 160 kostet aber teuer geld kostet teuer geld ja ich weiß wer schuld war ich weiß wer schuld war ich weiß wer schuld war ich war's ja doch sagen doch deine schuld ist das deine schuld warum warum immer auf karo weil das profis so machen profis schieben die schuld immer auf andere mal aufgefallen rieke dachte dass wir windeln tragen als hardcore gamer ja na klar nein hardcore gamer haben einen pissbeutel und eine kacktüte die sitzen eigentlich auf einem eimer so richtige hardcore gamer sitzen auf einem eimer richtiger haben sich ein katheter gelegt da kommt mir gerade die szene ich glaube aufs hostpack war das genau so machen die das genau so machen das hardcore gamer du hast das erfasst julian guck mal hab ich es ja doch gar nicht machst das war so geil äh das ist ja ey ich bin dafür wir nehmen uns jetzt ne noob lobby wir nehmen uns jetzt ne richtige hardcore noob lobby nur mit level 1 an und dann machen wir Prestige style kann ich eigentlich diese center war haben setzen uns die 5 ja hier dieses kummige nahkampf ding was im zeitungspapier eingeblendet ist ich kann gar nicht mehr schwarzmarkt jaja ja dann schwarzmarkt muss das freischalten ich hab es und wie meint er ja indem du den schwarzmarkt hochspielst bei 25 ist der glaube ich kriegste den warte ich gucke eben 36 3 viertel das ist wie mit dem mit dem hogwart zug da musst du vor der wand rennen gleich 9 3 viertel wenn schon es ist bei einem bei einem viertel ist das bei einem viertel kriegste den den center aber was ist denn da jetzt mit josie hat sie es hingekriegt dass sie bei twitch wieder schreiben kann nein es guckt jemand zu aber ich weiß nicht ob sie da dies ich habe keine ahnung ich habe einen zuschauer grüße jenen raus bin ich da vielleicht das kannst du sein grüße jenen raus Dennis bei mir ist es Rieke Dennis ist der einzige zuschauer ja mal bisschen den zuschauer verzeihen sind jetzt sind eigentlich wieder alle da ja ich war nie weg ne ich tu nur so weißt du ich war nie weg ich war nie wirklich weg hab mich nur versteckt was ist er mit unserem doom ist er da ja nein ich bin wieder hier in keinem revier war wirklich und Ernest weg alle anderen haben sich nur versteckt da war ich auf ne andere Lobby ja war das wieder so eine präzise Gammel Lobby mhm ja wir müssen uns alle zur fünften in einen kleinen Raum campen wo kein einziger Eingang nur noch ein einziger Eingang ist sonst nix ne und ein 20 Kilometer langer Flur und dann noch die Stolperbiden ja die Stolperbiden hier Krapi MG Snipergewehre Raketenwerfer alles und dann nur noch diese Flur entlang rutsen ja dann dann müsste man gleich dann müsste man gleich mal gucken wenn wir die Map haben mit den mit den ähm Schächten ne ich bin hier immer nicht die Schächte ne Dennis mhm das Gefängnis Battlefield wieso ist bei mir mehr Spieler komplett gesperrt achso weil ich nicht du darfst nicht äh Rieke ich hab Gefängnis kannst du dich noch an die Züge erinnern äh Rieke fragt gerade ob wir heute nur COD spielen ich denke mal schon hast du die Antwort gehört es existieren sonst keine Spiele die zu 6 funktionieren ja das wär ja sonst blöd doch der Gangbang Simulator doch der Gangbang Simulator uuuh Tobi Digga was ist jetzt noch wieder los was hat soll müssen wir vielleicht das Spiel neu starten ist das vielleicht schon wieder jetzt dieses komische ja hier Update und so also dieses komische Ding da von wegen was ich gehen darf also zu mir sagt er nicht ja sonst hab ich mich keine Ahnung äh Monopoly glaube ich haben wir alle nicht ne ich auf jeden Fall nicht ne Tobi ja me neither ich hab's ich hab's definitiv nicht ich hab's auch nicht ich hab's auch nicht lalalalalalalalalala nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder da dun 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 Vielen Dank.